servus leute und willkommen auf meinem kanal ich bin margus und heute geht es noch mal weiter mit einem video zu dem thema physik der seilbahn und heute geht es um das thema rallye ja ich habe ja in den letzten jahren wirklich schon sehr sehr viele videos zu dem thema rallye gemacht aber jetzt im zuge von diesen ganzen seilbahnphysik videos kam ja doch immer sehr viel positives feedback von euch an der stelle noch mal vielen dank dafür und da haben halt viele noch mal angefragt ob ich nicht auch zu den wichtigsten themen beim rallye ob ich da nicht auch noch mal zu der geschichte physik der seilbahn und so weiter was eben auf den rallye bezogen ist auch noch mal was machen kann und genau das werden wir uns im heutigen video angucken an der stelle noch mal die info ich habe die tage meine neue playlist auf meinem kanal gemacht die werde ich euch auch mal ungefähr hier oben einblenden und zwar alle videos die ich zu dem thema rallye bisher gemacht habe schaut euch da am besten einfach mal das komplette rallye video an das nennt sich rallye inward wakeboard tutorial das ist so das hauptvideo sage ich mal was ich zu dem rallye gemacht habe wo es wirklich von a bis z von der anfahrt über das auslösen über die flugphase von anfang bis zu ende geht da sind halt viele detailaufnahmen drin also wenn ihr den rallye noch mal komplett verstehen wollt eine komplette erklärung haben wollt guckt euch das video noch mal an ergänzend dazu gibt es das video rallye details wo ich noch mal auch mit aufnahmen vom fahren noch mal sehr genau auf den punkt jemand schon im hintergrund sieht das auslösen und so weiter auch noch mal eingehe und vor allem auch auf die klassischen fehler das heißt wenn euch hier gefühlt bei diesem video heute ein bisschen die detail und die praxisaufnahmen fehlen guckt euch da immer noch mehr ergänzend dazu diese videos an die werden euch da in jedem fall noch mal weiterhelfen gut damit ich in den kommentaren von den leuten nicht wieder ausgeschimpft wenn ich zu weit ausruhle fangen wir auch direkt mal an für dieses thema seilbahnphysik oder das thema physik zum rallye habe ich mir jetzt noch mal zwei entscheidende punkte rausgesucht die wirklich unfassbar wichtig dafür sind dass man den trick eben steht ja wo auch häufig was ich so sehe einfach die fehler gemacht werden die dann dazu führen dass der rallye nicht funktioniert und da kann man halt physikalisch auch noch mal so ein bisschen auf die hintergründe eingehen und wenn man das verstanden hat denke ich mal kann man den rallye vielleicht ein bisschen besser festigen oder überhaupt erstmal gescheit aus dem wasser raus kommen und dann auch mal die chance zu haben den trick zu stehen punkt nummer eins der da ganz ganz wichtig ist geht um das thema anfahrt die von euch die ja schon die letzten videos zu diesem thema seilbahnphysik gerade zu den spins und dem free 60 über den kicker gesehen haben die wissen dass ich ja schon sehr oft auf dieses thema anfahrtswinkel und ja einfach wie man vom winkel zum umlaufseil steht dass ich da schon öfter darauf eingegangen bin und das ist auch beim rallye ein ganz wichtiger ganz entscheidender punkten und oft fehler von den leuten sieht die eben dann dazu führen dass der rallye nicht funktioniert ja und einer der häufigsten fehler das kennen vielleicht viele von euch oder der häufigsten probleme ist dass die leute immer wieder anfahren auf der kante druck aufbauen aber einfach nicht den punkt zum auslösen und zum verkanten finden und das halt einfach sehr auf den hintergrund dass die leute wie man hier sehen kann also da noch mal zur erklärung das ist die strecke vom motormast bei der normalen seilbahn hier das umlaufseil in fahrtrichtung und da ist halt oft einfach das problem dass die leute halt sehr sehr lange sehr sehr schnell anfahren wodurch sie eine hohe anfahrtsgeschwindigkeit aufbauen und ich sage mal vom winkel wenn man das so nennen möchte halt sehr parallel oder sehr gerade zum umlaufseil anfahren ja und da ist halt einfach das problem wenn man dann eben verkanten will was ja letzten endes nichts anderes ist als eine kurze aggressive kurve halt zu fahren schaut euch dazu wenn er da fragen habt bitte noch mal wie gesagt das komplette rallye video das verliegung des video rallye details an da wird das noch mal jeder name schon sagt im detail erklärt und da wie gesagt ist halt so ein bisschen das problem und die schwierigkeit wenn man da halt eben sehr lange sehr schnell und wie gesagt sehr parallel zum umlaufseil anfährt ist es sehr sehr schwer halt da diese kurve durchzuführen um das board zu verkanten ja und da ist halt einfach immer das ding die leute fahren halt 10 15 20 runden teilweise kacheln immer mit einer mördergeschwindigkeit an ja ärgern sich dann tierisch ja schmeißen die leine teilweise weg weil sie einfach nicht den punkt zum verkanten finden was natürlich physikalisch bedingt ja wenn man mit dem bord mit der kande in diese richtung fährt ja und dann so eine scharfe kurve fahren will eben auch sehr sehr schwer sehr sehr anspruchsvoll ist gerade wenn man halt noch kein sicherer inward fahrer ist was würde ich euch also empfehlen was ich auch in den rallye videos wie gesagt in den thailand immer noch mal erklärt und gezeigt habe eine deutlich kürzere deutlich entspanntere anfahrt ja wo man dann auch eben so eine schöne progressive anfahren so eine kurve nimmt so dass halt eben die anfahrt und das auslösen quasi ineinander übergeht ja und da ist halt eben der vorteil wenn man halt eben so eine progressive anfahrt eine kurze anfahrt vor allem gilt ja da baust du halt nicht ansatzweise so viel geschwindigkeit wie so wie bei so einer langen anfahrt auf wenn man nicht so viel geschwindigkeit aufbaut ist einfach der große vorteil man baut sich auch nicht so eine blockade auf und hat dann so ein respekt davor das bord zu verkannen weil man eben bei der hohen geschwindigkeit denkt ach du schütte wenn ich mich da jetzt irgendwie abledern wenn ich damit der kande hängen bleibt dann tut es tierisch weh das tut es dann eben auch wenn man so schnell anfährt deswegen wie gesagt gerade bei den allerersten versuchen war ich eh klar ist ihr werdet den trick wahrscheinlich noch nicht stehen und nicht landen was ja überhaupt nicht schlimm ist ja lieber eine kürzere anfahrt ja lieber progressiv in der schönen kurve von der seilbahn direkt weg nicht in so einem parallel winkel sondern eben mit einer schönen kurve ja ein bisschen weiter vom umlaufseil weg und auch vor allem wie gesagt ein bisschen kürzer dadurch haben wir eine niedrigere geschwindigkeit man hat einfach auch wenn der sturz halt mal kommt ja einfach viel weicheren in aller regel nicht so schmerzhaften einschlag man baut sich nicht so schnell blockaden auf ja sondern landet im wasser und denkt sich ach das war ja gar nicht so schlimm kann ich direkt noch mal probieren und das allerwichtigste ja wenn man so eine kurve tendenziell fährt ja ist es natürlich auch wenn das bord mit der spitze nicht in diese richtung zeigt wie hier sondern durch die kurve schon sehr weit nach außen oder wenn man links zum beispiel anfährt nach innen zeigt ja ist es natürlich viel viel leichter auch aus dieser kurve das bord zu verkanten so dass es einen dann eben aus dem was heraushebelt gut kommen wir direkt zu punkt nummer zwei zu dem ich ja auch in anderen video schon gefühlt 100 mal was erklärt habe was aber nach wie vor der häufigste knackpunkt dafür ist dass es eben bei den leuten mit dem rally nicht funktioniert und das ist eben genau dann wenn man wie hier an den punkt kommt wo man auslöst ja dass man dann mit dem körperschwerpunkt hinter dem bord bleibt ich hoffe man kann das auf dem video erkennen ich denke schon das ist die silhouette von dem fahrer von mir kurz bevor er auf der kante steht und zum rally auslöst und ihr könnt wunderbar sehen wenn ich hier diese blaue linie mal gezogen habe und quasi halt einfach so diesen druckpunkt von der bordkante gegen das wasser darzustellen ja und man hier die leine halt eben festhält die habe ich hier noch mal mit der zugrichtung mit die feile entsprechend simuliert ja dass man einfach einen richtig schönen druck ja gegen die seilbahn aufbaut ja und dadurch hat man halt natürlich auch einen unfassbar starken zug auf der leine wenn man dann das bord eben verkantet ja wie gesagt guckt euch da wenn ihr das nicht verstanden habt einfach noch mal die anderen videos an dann werdet ihr das verstehen ja und wenn ihr da halt eben mit dem körper hinter dem bord bleibt ja und auch mit dem langen vorderen bein diesen druck aufrecht erhaltet also diesen druck gegen die seilbahn gegen den zug ja dann wird euch die seilbahn ihr seht ja wie schön hoch die leine hier geht ja nach oben aus dem wasser raushebe aber da noch mal der punkt der häufigste fehler den man da wirklich sieht ist dass die leute halt dann wenn sie das bord verkanten ja versuchen vom gefühl selber mit nach vorne abzuspringen und dann ist natürlich klar wenn ich diesen druck das kann man zum beispiel vom gefühl mit dem thema tau ziehen zum beispiel vergleichen ja wenn man da diesen druck aufgibt indem man dann mit dem körper nicht hinterm bord bleibt ja sondern eher nach vorne von der körperhaltung nach oben geht das bord auch so ein bisschen nach vorne ein bisschen flacher kippt dann ist natürlich klar wird dieser druck und dieser zug deutlich weniger die leine hat deutlich weniger spannung und euch wird es halt eben nicht nach oben aus dem wasser raushebeln deswegen physikalischer ganz 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 wichtig wenn ihr anfahrt und druck aufbaut auch bei so einer kurzen anfahrt schon ja achtet bitte unbedingt darauf dass ihr dann wenn ihr auslösen wollt mit dem körperschwerpunkt hinter dem bord bleibt dass ihr über das lang gestreckte bein über die arme dass ihr da diesen druck und diesen zug aufrecht erhalten können wenn ihr dann diese kurze kurve fahrt ja und dann halt eben für den bruchteil von einer sekunde quasi durch diese kurve zum stehen bleibt dann muss ja dieser zug der vorher aufgebaut worden ist irgendwo hin und das ist halt der einzige weg wo er dann hin kann nämlich nach oben und dadurch hebelt euch dann die seilbahn zum rallye aus dem wasser raus und das ist genau das was wir erreichen wollen wie gesagt wenn ihr dazu noch fragen habt wenn euch das vielleicht durch die zeichnung nicht 100 prozent klar schaut euch bitte noch mal diese anderen videos an da gibt es noch mal detail aufnahmen teilweise in ultra slow motion wo das noch mal ein bisschen klarer ist aber wichtig ist halt dass man vom kopf dass man mental einfach verstanden hat was da gemacht werden muss wie diese physik letzten endes funktioniert wenn man das vorher verstanden hat ja das ist wirklich schon mehr als die halbe miete und dann kann man in aller regel wenn man das wirklich durchdacht und verstanden hat den rallye auch relativ schnell wenn man denn die fahrerischen nötigen vorkenntnisse hat auch wirklich am ende umsetzen und stehen gut dann kommen wir auch schon wieder zum ende von dem video ich hoffe sehr es hat euch gefallen und hat euch vielleicht noch mal zum rallye so ein bisschen die augen geöffnet für den fall dass er da vielleicht noch ein bisschen probleme hatten einfach keine konstanz rein bekommt weil das wie gesagt die häufigsten fehler sind oder so die stellschrauben ja an denen man noch mal drehen kann um den eben halt ein bisschen zu festigen und sicherer zu machen wenn euch das video gefallen und weitergeholfen hat lasst mir gerne ein like oder ein kommentar da ich würde mich da wirklich super drüber freuen um nichts mehr zu verpassen abonniert auch gerne meinen kanal und vor allem ganz wichtig nicht nur abonnieren sondern auch die glocke aktivieren das ist mir nämlich die tage mal aufgefallen dass wirklich nur sehr wenige leute die mir folgen und die mich abonniert haben die glocke bei youtube angeklickt haben da habt ihr einfach den vorteil wenn ihr das tut ihr werdet halt direkt darüber informiert wenn es ein neues video gibt und so verpasst da einfach nichts mehr alternativ könnt ihr mir natürlich gerne auf facebook und instagram folgen oder auch mal auf meiner webseite vorbeigucken da würde ich mich super darüber freuen in dem sinne vielen dank fürs zuschauen habe ganz viel spaß auf dem wasser bis zum nächsten video ciao und bis dahin